In solchen Plätzen, wie die Kirche hier steht, das heißt in so einem markanten Platz, dort möchte ich meine Zentren uneingeschränkt hinbauen dürfen. Wir bitten dich um deinen Segen für dieses Einkaufszentrum, kauf ein. Diese Projektentwickler gehen als erstes zum Bürgermeister. Dort versprechen sie einem einmal zig, zig Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze. Der denkt schon an die nächste Wahl und sagt zu allem ja. Und das steht dann in bezahlten Artikeln oder in BR-Artikeln auch in der Gemeindezeitung drinnen, so dass es jeder weiß und glaubt. Das ist das erste europäische große Einkaufszentrum. Erstmal passierte Folgen ist, dass die schönste Einkaufsstraße in Mühlheim, dass diese Straße plötzlich die Mieter verlor, weil die Mieter zogen in das neue Zentrum. Und dann muss ich als Städtebauer erkennen, du hast einer Stadt die Seele, im Grunde das Herz rausgewissen. Die Leute können es nichts mehr leisten. Es sind schon Ängste in einer Form. Wo geht die Reise hin? Und hier ist es geschrieben. Die Schöne macht die Leben besser. Die Schöne, die empty sind, wir mit diesen schönen Bildern, mit diesen schönen Bildern, mit schönen Messagen. Die Schöne, die hörende Sprache sind. Untertitelung des ZDF, 2020